Musik Dass die Menschen, die auf der Eisenbahn mit sicherheitsrelevanten Tätigkeiten betraut sind, auch bei dem jeweiligen Unternehmen beschäftigt sind. Busfahrer und Lastkraftwagenfahrer sind von Gesetz wegen dazu verpflichtet, nach viereinhalb Stunden ununterbrochene Fahrzeiten eine Pause einzulegen. Musik Für Lokführer gilt das allerdings nicht. Die Kämpfer gegen Lohndumping. Wir brauchen einheitliche Kontrollen in Europa. Wer bescheißt, entgleist. Musik Die Kämpfer gegen Lohndumping. Musik Musik Musik